Moin und damit herzlich willkommen zum neuen Video in meiner Geschichtsreihe über die NFL. Heute erzähle ich euch etwas über die acht älteste noch bestehende Franchise, nämlich über die Philadelphia Eagles. Die Eagles konnten in Deutschland wahrscheinlich sehr viele Fans gewinnen, als man im Super Bowl 52 vor ein paar Jahren als klarer Underdog die übermächtigen Patriots aus New England besiegen konnte. Tatsächlich hat der Verein aber viel mehr zu bieten, denn man blickt auf eine fast 90-jährige Vergangenheit mit Höhen und Tiefen zurück. Also lohnt es sich, das Team und die Geschichte etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Also starten wir doch direkt rein. Die Gründung der Philadelphia Eagles geht auf das Jahr 1933 zurück. Man trat also im selben Jahr der NFL bei, in der auch die Steelers beigetreten sind. Wie so oft in der NFL war das Scheitern der einen Franchise die Chance für eine andere. 1931 spielten die Frankfurt Yellow Jackets in der NFL. Frankfurt ist ein Stadtteil von Philadelphia. Jedoch, wie bei vielen Teams, führte ein Geldmangel zur Auflösung. Die NFL hat jedoch das Potential der Stadt erkannt, somit bemühte man sich, eine neue Franchise dort anzusiedeln. Luke Ray, ein ehemaliger Spieler der Yellow Jackets und Bird Bell konnten 1933 dann die nötige Gebühr von 2.500 Dollar auftreiben und zusammen erwart man eine Lizenz für die NFL. Man nannte das neue Franchise Philadelphia Eagles. Der Name Eagles entstand durch die National Recovery Administration, eine Behörde, die dafür sorgen sollte, dass die USA aus der Weltwirtschaftskrise wieder herauskommt. Diese hatte einen Adler auf dem Wappen. So wollte man demonstrieren, dass man auch in Philadelphia die Krise überwinden wird und man wieder auf der Football-Landkarte landet. So konnte man 1933 in der NFL das Debüt gegen die New York Giants feiern, wo man direkt mal eins auf die Mütze bekam. Man verlor 0 zu 56, vielleicht auch ein Grund, warum man die heutigen Giants immer noch als Rivalen sieht. Die ersten 10 Jahre in der NFL liefen recht dürftig. Das höchste der Gefühle waren 5 Siege pro Jahr. Es gab aber auch einige Spielzeiten mit nur einem Sieg. Vielleicht auch wegen den Treschenleistungen des eigenen Teams schlug Owner Bird Bell ein System vor, bei dem die College-Spieler gerecht auf alle Franchise aufgeteilt werden. Diese Idee wurde zum offiziellen NFL-Draft, der sein Debüt 1936 in Philadelphia feiern durfte. Währenddessen kaufte Bird Bell die Anteile von Luke Ray und er war somit der alleinige Inhaber der Eagles. 1941 folgte dann der sogenannte Pennsylvania Poker, über den ich vorgestern bei dem Video über die Steelers schon berichtet habe. Hier nochmal die Kurzfassung. Art Rooney hatte mittlerweile die Anteile von Luke Ray bei den Eagles übernommen. Zuvor war er bei den Pittsburgh Steelers ausgestiegen. Da war jetzt Alexis Thompson der starke Mann. Die jeweiligen Chefs aus Philadelphia und Pittsburgh tauschten ihre Roster und NFL-Rechte aus. Bird Bell wurde dadurch zum Head Coach der Pittsburgh Steelers. Bei den Eagles saß jetzt Early Greasy Neal auf der Bank. Weil das noch nicht für genug Verwirrung gesorgt hat, setzten der neue Owner der Eagles, Alexis Thompson, und Art Rooney, der Owner der Steelers, noch einen drauf. 1943 fusionierte man die beiden Teams auf Kurt von Spielermangel und trat für eine Saison als Steelers an. Wer aufgepasst hat, dem wird aufgefallen sein, dass ich noch gar kein Erfolg der Eagles aufgezählt habe. Das liegt daran, dass sie 1947 erst das erste Mal in die Playoffs kamen. Das erste Spiel haben sie ausgerechnet gegen die Steelers gewonnen und so stand man das erste Mal im NFL-Championship-Game. Dieses hat man gegen die Chicago Bears mit 21 zu 28 verloren. Nur ein Jahr später konnte man sich jedoch rächen, man stand erneut im Finale den Bears gegenüber und konnte durch ein schlappes 7 zu 0 den ersten Titel nach Philadelphia holen. 1949 konnte man zum dritten Mal hintereinander in das Championship-Game einziehen. Nachdem man in der Regular Season nur ein Spiel verloren hat, waren es die Los Angeles Rams, die man im Finale mit 14 zu 0 besiegen konnte. In dem Team von 1949 war der Rookie Chuck Bednarik, der für die damalige Zeit erstaunliche 14 Jahre bei den Eagles spielte und galt als bester Linebacker der Liga. Der heutige All-of-Famer konnte aber auch nicht die traurigen 50er Jahre verhindern, in denen man nicht einmal in die Playoffs kam. Alexis Thompson, der Owner, war schwer krank und suchte einen Käufer. 1949 waren es dann die sogenannten Happy 100, die die Franchise kauften. Wie der Name es schon sagt, war es ein Zusammenschluss von 100 Personen, die genug Geld sammelten und das Franchise erwarben. Bert Bell, der ehemalige Owner der Eagles, Trainer der Steelers und Commissioner, war ein Ehrengast bei dem Spiel 1959, Steelers gegen Eagles. Die Eagles gewannen mit 28 zu 24, doch das Ergebnis rückte in den Hintergrund. Denn der Commissioner Bell starb während dem Spiel aufgrund eines Herzinfarktes. Zu Ehren der Vereinslegende gewannen die Eagles in der darauffolgenden Saison die NFL, in dem man sich 1960 gegen die Green Bay Packers im Championship Game mit 17 zu 13 durchsetzen konnte. Nachdem die Eagles mal kurz Championship-Luft schnappen durften, setzte wieder eine Dürreperiode ein. 1963 kaufte Jerry Woolman die Eagles für 5 Millionen Dollar ein. Außer die Unzufriedenheit der Fans erreichte der Owner nicht viel. Nachdem ihm auch das Geld ausging, verkaufte er das Franchise weiter an Leonard Toes, ein Member der Happy 100. Auch er hatte keinen erfolgreichen Start, doch war er bei weitem beliebter als sein Vorgänger, der in 15 Jahre Deal mit einem Trainer abschloss, der das Team nicht erreichen konnte. So war es auch die erste Amtshandlung des neuen Owners, diesen Vertrag aufzulösen. 1976 konnte man mal wieder einen Trainer finden, der Ruhe in das Team brachte und auch die Fans wieder zufriedenstellen konnte. Denn jeder Football-Fan weiß, in Philadelphia sind die Fans, sagen wir mal, ein wenig speziell. Bei dem Mann handelte es sich um Dick Vermeih, der auch die 17 Jahre lange Durchstrecke beenden konnte. 1978 kam man mal wieder in die Playoffs, wo jedoch in der Wildcard-Round bereits Schluss war. Im nächsten Jahr kam man eine Runde weiter und es war in der Divisional-Round Schluss. 1980 konnte man den finalen Schritt gehen und endlich das erste Mal in der Franchise-Geschichte im Superbowl stehen. Doch für das letzte Spiel war nicht mehr genug Energie übrig, man wirkte müde und verlor absolut verdient mit 10 zu 27 gegen die frisch wirkenden Oakland Raiders. Müde war auch der Trainer. Coach Vermeil stand laut eigenen Angaben kurz vor dem Burnout und konnte dem Stress als Eagle-Set-Coach nicht Bestand halten. 1983 trat er zurück und mit ihm verschwart auch kurzzeitig der Erfolg aus Philadelphia. Im Draft 1985 draftete man den heutigen Hall-of-Famer und vielleicht den besten Defense-Spieler aller Zeiten Reggie White und man konnte ab 1988 wieder zu einem Playoff-Contender werden. 1988, 1989 und 1990 kam man dreimal hintereinander in die Playoffs, konnte aber kein einziges Spiel davon gewinnen. Die erste Niederlage gegen die Bears war wohl die besonderste und ging in die Geschichte als Forkbowl ein. Es herrschte so starker Nebel, dass die Spieler fast nur die eigenen Hände sehen konnten. Nicht wie die Zuschauer oder die Trainer sehen konnten, kann man sich ja da wohl vorstellen. Die Spieler coachten sich quasi selbst, die Bears gewannen mit 20 zu 12. 1992 verließ Reggie White das Team in Richtung Queen Bay und die Eagles konnten in gesamten 90ern nicht einmal ihre Division gewinnen, was die aber nicht daran hinderte, die Playoffs zu erreichen. Doch gelang es dem Wildcard-Team nie, auch nur in die Nähe des Superbowls zu kommen. Während dieser Jahre wurden die Eagles auch des Öfteren gekauft und auch wieder verkauft. Es fand sich kein Owner, der über mehrere Jahrzehnte das Franchise behalten hat. Als man 1999 den neuen Headcoach Andy Reid verpflichtete, hoffte man endlich mal wieder in die Playoffs zu kommen. Von 2001 bis 2004 konnte Reid seinen Erwartungen gerecht werden. Man gewann seit 14 Jahren mal wieder die NFC East und das viermal hintereinander. Doch da sollte die Reise noch nicht aufhören. Man kam in den Jahren sogar viermal hintereinander in das NFC Championship Game. Die ersten drei Jahre verlor man es zwar, aber das vierte konnte man dann für sich entscheiden und man zog endlich wieder in den Superbowl ein. 2004 im Superbowl 39 stand man Tom Brady und den New England Patriots gegenüber. Brady, der schon zwei Ringe am Finger hatte, sollte an diesem Tag auch seinen dritten gewinnen. Die Patriots besiegten knapp mit 24 zu 21 die Eagles. Das Team aus Philadelphia verlor somit bereits das zweite Mal im Superbowl. Doch die Revanche sollte im nächsten Jahrzehnt folgen. Wenn man ein Fazit über die folgenden Jahre an der Eagles schreiben würde, dann würde darin wahrscheinlich stehen, sie waren stets bemüht. Man war oft in den Playoffs, aber für mehr reicht das auch wieder nicht. 2007 verlor man dann zudem mal wieder ein NFC Championship Game. Selbst der ehemalige Shootingstar Michael Vick konnte nach einem Gefängnisaufenthalt zwar glänzen, aber außer dem Comeback Player of the Year holte er keinen Titel für die Eagles. Nach einer 4 zu 12 Saison musste sogar Coach Reed 2012 seine Sachen packen. Nach dem Quarterback-Karusell um Nick Foles, Mark Sanchez und Sam Bradford, die allesamt unter dem neuen Trainer Chip Kelly aufliefen, konnte man 2015 wieder für Ruhe in dem Franchise sorgen. Man holte mit Doug Peterson, einem neuen Headcoach, der sich im Draft für einen neuen Quarterback entschied. Den Second-Over-All-Pick verwendeten die Eagles für Carson Wentz. Peterson und Wentz blieben bis zum Ende der letzten Saison dem Verein erhalten. Carson Wentz startete ab dem ersten Spiel und konnte sofort überzeugen. Das Team um ihn herum brauchte jedoch noch etwas Anlaufzeit. Nach einer Playoff-Durchstrecke konnte man 2017 mal wieder die Postseason erreichen. In der Regular Season war man das Maß aller Dinge. Man verlor lediglich drei Spiele in der Saison. Man galt während der ganzen Saison zudem als Superbowl-Contender bis zum 14. Spieltag. Denn hier kam der Schock für alle Eagles-Fans. Carson Wentz, der auf MVP-Level spielte, verletzte sich im Spiel gegen die Los Angeles Rams und die Diagnose Kreuzbandriss garantiert das Saison aus. Doch in solchen Situationen werden Helden geboren. Und der Held in dieser Geschichte war sogar ein Rückkehrer, Nick Foles. Der Satz-Quarterback hat gezeigt, dass er die Qualitäten für einen Starter-Job hat. Er kannte das Franchise und gewann den Locker-Room schnell für sich. Mit aller Ruhe zogen die Eagles in den Superbowl ein. Der Gegner war wie 2004 die New England Patriots. Wahrscheinlich war damals jeder, der kein Patriots-Fan war, für die Eagles, die als Underdog in das Finale eingezogen sind. Und was das für ein Superbowl war. Vielleicht der beste überhaupt. Im ganzen Spiel gab es nur einen Punt, aber dafür massenweise Punkte. Der Wendepunkt dieser Partie war wohl der Philly-Special-Spielzug. Ein Trickspielzug, der den vierten Versuch in einen Touchdown umhandelte. Nach diesem Touchdown rannten die Patriots einem uneinholbaren Rückstand hinterher. Das Endergebnis lautete 41 zu 33 für die Eagles. Der erste Superbowl-Sieg der Vereinsgeschichte war damit perfekt. Nach dieser Saison war jedoch Schluss mit den Erfolgen in Philadelphia. Man stand im Schatten des Superbowl-Teams und konnte bis heute nicht mehr so richtig überzeugen. Nach der Saison 2020 hat man sich von Peterson und Wentz getrennt. Jetzt heißt es Weebit. So, das war's dann auch wieder mit dieser Folge. Wir kommen eigentlich ziemlich schnell voran. Wir haben jetzt schon ein Viertel der NFL-Franchise durch. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo und ein Like da lassen könntet. Die Videos sind nämlich echt aufwendig. Sonst gibt's nichts mehr zu sagen. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Tschöö.